Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 Remastered, das Level Kai an der Temse in London befinden wir uns. Hier nochmal zurück ins Wasserbecken, wir haben es jetzt geschafft, den letzten Schalter freigelegt, um hier aus diesem ollen Loch mal rauszukommen. So, ich meine, hier ist noch ein Typ hier irgendwo? Ja. Man ist hier nicht verschont von diesen Leuten. Der hinterlässt uns aber tatsächlich an der Stelle jetzt gerade nichts. Okay, das heißt, wir flitzen jetzt hier gerade nochmal zurück, drücken den Hebel und dann kommen wir weiter im Level zu einem schöneren Teil. Auf jeden Fall so viel kann ich schon mal sagen. So, da finden wir den Schalter vor. Auch gleich ist dieser nervtötende Alarm hoffentlich auch weg. So, und haben jetzt irgendwie nochmal was mit dem Wasserpegel gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir jetzt nochmal hinten ins letzte Becken und da dann irgendwo rausklettern. Das müsste so ungefähr sein. Wir schauen mal. Hoffe, ich erinnere mich richtig. Auf jeden Fall, Wasser ist hier schon mal drin. Das ist schon mal sehr gut. Und hier drüben kommt man dann irgendwie durch das Wasser dann weiter. Aber da hätte man theoretisch ja auch vorher schon hinschwimmen können. Ah, nee, ich sehe schon im Augenwinkel hier unten, da ist jetzt die Luke offen, natürlich, genau. Und da können wir nämlich jetzt durchtauchen. Und, äh, joa. Joa. Lassen wir jetzt mal die Musik ausklingen, bevor ich euch die Laune vermiese. Ja, Leute, dieser absolut unästhetische Kanal. Damit meine ich nicht meinen Let's Play Kanal, sondern diesen hier. Der wird uns leider im übernächsten Level wieder begegnen. Aufgeschoben ist nämlich nicht aufgehoben. Aber jetzt sind wir erstmal in einem schöneren Teil, legen wir erstmal ein Hauptaugenmerk darauf. Ihr seht, das hat so ein bisschen was von einer Kathedrale. Das ist im Remaster natürlich wieder richtig schön geworden. Wenn wir das jetzt so ein bisschen vergleichen. Äh, das hat damals auch so ein Blauschimmer gehabt. Ähm, das sah damals schon richtig cool aus. Und das war mal so ein, ach, irgendwie schöne Architektur jetzt wieder. Nicht so ein olles Loch, wie wir gerade waren in dem Wasserspeicher in Londons. Das ist wirklich sehr schön. Und das wirkt natürlich im Remaster auch wieder ganz toll. Und ja, Leute, das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache. Weil ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt im Remaster überhaupt schon mal erwähnt habe. Oh, das sieht aus, als würden da Leichen in der Wand sitzen. Seht ihr das? Ja, damals ist das gar nicht so rübergekommen. Aber das sieht wirklich so aus, als würden da irgendwie tote Menschen irgendwo so versteinert in der Mauer liegen. Das ist irgendwie krass. Ja, dieses Kathedralenfeeling, Leute, wäre uns normalerweise im Folgelevel begegnet. Es ist aber so, London hätte normalerweise fünf Level gehabt. Und die anderen Abschnitte haben drei oder maximal vier. Also, ne, wir hatten ja in der Wüste von Nevada hatten wir nur drei Level. Die Südseeinseln haben vier Level, davon ein ganz kurzes. Und London hätte fünf Level gehabt. Und irgendwie ist es dann so geworden, dass das Level hier ausgeklammert wurde. Also das Level, was jetzt hier nach Kaya and the Thames kommt, was wir gerade spielen. Mit dem Sinnzusammenhang mit der Stelle hier gerade. Das wurde ausgeklammert. Und als Bonus-Level ans Spiel drangehangen. Um das Bonus-Level zu erreichen, muss man alle Secrets finden. Und da gibt es tatsächlich, im wahrsten Sinne sogar, ein Schlüssel-Secret in diesem Level hier. Das dann Sinnzusammenhangend uns dann zu dem Bonus-Level führen wird. Genau, das heißt jetzt eigentlich zwischen diesem und dem nächsten Level, was wir im Remastered spielen, da gab es ursprünglich noch ein Zwischen-Level. Was wir aber jetzt hier an der Stelle überspringen. Weil das zum Bonus-Level gemacht wurde. Deswegen ganz wichtig, alle Secrets holen, das machen wir ja sowieso. Genau. Das vielleicht so zum Hintergrund. Das heißt, wir überspringen jetzt eigentlich ein Level, was wir dann ganz zum Schluss am Spielende dann ranhängen als Bonus-Level. So, und jetzt klettern wir hier raus aus dem Loch. Und sind jetzt fast am Level-Ende. Na, haben wir es doch bald schon geschafft. Das, wo ich gesagt habe, ganz am Anfang der ersten Folge von Kaya in der Temse, hey, man könnte auch einfach über diesen Kran abkürzen und schon unmittelbar zum Level-Ende springen. Falls ihr euch erinnert, diese Platte hier, da sind wir von da oben drauf gesprungen. Von hier oben. Und da kann man tatsächlich das ganze Level skippen. Also bis zu diesem Punkt hier. Und können sich den ganzen Kladderrad-Dutch, den wir gemacht haben, irgendwie sparen. So, jetzt nutzen wir die Platte, aber trotzdem. Um, ähm, ja, tolle Ansicht. Um hier oben irgendwie weiterzukommen. Genau, von da sind wir nämlich jetzt hergekommen. Und wir wollen jetzt hier hoch. So, dafür brauchen wir den Kran halt wieder. Und haben das Ganze natürlich nicht abgekürzt, sondern regulär gespielt. Also auch hier habe ich jetzt irgendwelche Viecher oder Gegner wieder in Erinnerung. Schauen wir gleich mal. Werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen Leben verlieren mit dem Sprung, aber es ist auf jeden Fall überschaubar. Genau, hier haben wir den Kran wieder, ne? Und jetzt kommen wir hier hoch zu dieser schönen... Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber es ist schön. Es ist sehr, sehr schön. Sieht aus wie so ein London-Museum. Oder Teil einer Kathedrale, ne? Was wir jetzt auch gerade unterirdisch schon hatten. Was auch die Anspielung auf das nächste Level ist, was nicht existiert und als Bonus-Level dann stattfindet. Ja, Leute, ihr merkt, es ist kompliziert mit Tomb Raider 3. Nicht nur mal viele Alternativwege. Generell ist der Beziehungsstatus mit Tomb Raider 3 kompliziert. Ich will mal gerade gucken, ob hier noch was ist. Das erinnere ich mich nämlich gerade gar nicht dran. Weil da könnte ja noch was rumliegen, oder? Guck mal da. Hier ist doch sogar ein Loch. Na toll. Da ist aber auch gar nichts. Aber da kann man vielleicht sich reinlassen. Vielleicht findet man da noch ein Goodie, was ich nicht auf dem Schirm habe. Aber wie das auch glitzert hier, ne? Das Licht so auf dem Wasser, was auf den Dachziegeln liegt, finde ich unheimlich schön. Ja, da liegt tatsächlich der Sadigel-Munition. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass ich die mal gefunden habe. Und dafür kann man nämlich hier rein. Kann schon sein, dass ich das mal gefunden habe. Es ist ja wirklich über zehn Jahre her, als ich das letzte Mal Tomb Raider 3 gespielt habe. Aber es kann auch sein, dass ich das damals hier nicht gefunden habe. Freue ich mich auf jeden Fall gerade drüber. Moment. Uns fehlen noch zwei Secrets, ne? Hoffentlich haben wir da jetzt auch nichts verbockt. Also eins weiß ich auf... Ne, es sind noch hier zwei. Es sind noch zwei am Levelende. Alles gut. Weil ich musste da gerade wirklich nochmal kurz in mich gehen. Und so überlegen. Also halt, stopp. Dass es gut geht, aber... Ich glaube, wir haben alles im Griff, Leute. Alles soweit, so gut. Spieltet sich gerade mal an an der Stelle. Na toll. Immer ein bisschen aus dem Schussfeld gehen. Wir töten jetzt erstmal alle Typen, die hier oben sind. Ach, der hat ja gar nichts verloren. Das hat mich früher an so gruselige Augen erinnert hier. Ja, wir sind über den Dächern Londons, Leute. Das große Ziel ist, Sophia Lee zu finden. Geschäftsführerin einer Kosmetikfirma, die den dritten Stein besitzt, den wir haben wollen. Und haben uns jetzt wirklich über die Dächer London schon mal so ein bisschen gearbeitet. Und vielleicht erfahren wir dann ja auch bald mehr diesbezüglich. Aber bevor wir mehr erfahren wollen, wollen wir natürlich erstmal hier noch zwei Secrets finden. Ich glaube, eins könnte hier unten tatsächlich sogar schon sein. Aber ich will jetzt gerade erstmal hier oben nochmal ablaufen. Also hier ist das Level Ende. Da ist man noch nicht hingehen. Die Ansicht ist gerade ein bisschen fail und zwingt uns dazu, da hinzugehen. Da ist dann der Showdown des Levels. Und man muss vorher natürlich die Secrets holen, das ist ja klar. So, hier ist gerade Ende im Gelände. Jetzt gehen wir mal gerade hier rein. Hier haben wir auch diese schönen Säulen, die kamen damals nicht so cool. Nee, gar nicht so cool. Ist jetzt viel schöner geworden mit den Säulen. Kann man viel besser darstellen jetzt, heutzutage. Konnte man ein Jahr später bei Turmwelder 4 tatsächlich schon besser darstellen. Jetzt laufen wir das kurz ab. Aber das ist auch die Stelle, wo wir vorhin schon waren. Da drüben waren wir auch schon. Da haben wir schon rumgemacht. Haben so ein bisschen um diese Stelle rum drum gespielt. Jetzt sind wir am Ziel. Der hat auch nichts verloren, der Typ. Also alles entspannt. Ja, dann können wir ja die beiden Secrets jetzt einfach holen. Und zwar eines befindet sich hier oben. Da müssen wir nämlich irgendwo hochspringen. Die Frage ist nur, wo man da hochkommt. Hier, da kommt man hoch. Oder? Nee. Irgendwo gibt es eine Stelle, die wir hochkraxeln können. Ist es die hier? Oder doch? Ich dachte hier. Boah, wie waren das, Leute? Da müssen wir hoch. Ich weiß gerade nicht mehr wie. Irgendwo hier... Ah! Das ist ein Block, Leute. Das hat man wahrscheinlich früher ein bisschen besser gesehen. Ein bisschen. Ähm, das habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Genau, den Block muss man ziehen. Und dann kommt man nämlich da hoch. So war das. Oh Gott, Leute. Wenn ich 2-Mail-3-Plein spielen würde, ich würde so viel übersehen. Gerade hier in dem London-Abschnitt. Echt der Hammer. Aber jetzt haben wir es ja auf den letzten Meter und zum Glück noch rausgefunden. drunter liegt nichts, ne? Aber wir können nämlich jetzt hier hoch, wie ich gerade schon angedeutet habe. Achso. Ich dachte hier, äh, rutscht man. Das ist doch schön geworden mit den Säulen, oder? Das ist richtig schön geworden. Ganz, ganz anders als früher. Wenn wir da jetzt nochmal verkle... Alter Vater, Leute, ey. Das ist ja richtig hässlich gewesen. Da haben sie jetzt nochmal richtig was draus gemacht. Das Gebäude haben sie absolut gepimpt. Das ist der größte Unterschied, glaube ich, im ganzen Level hier. Mit den Säulen. Oh, das ist ja sowas von viel schöner geworden. Ist ja richtig krass. So, das ist nicht das Secret, Leute. Sondern finden wir nämlich hier drüben. In dem Loch. Ist doch hier, oder? Genau, ein Schlüssel zur Kathedrale. Also tatsächlich den Schlüssel zum Bonus-Level. Was jetzt normalerweise nach diesem Level gekommen wäre, wie ich schon beschrieben habe. Den brauchen wir natürlich, weil wir brauchen ja logischerweise alle Secrets, um ins Bonus-Level zu kommen. Also auch diesen Schlüssel hier. Der ist unser Zugang zum Bonus-Level. Der Kathedralen-Schlüssel. Den heben wir jetzt bis zum Schluss auf, um nach dem Spiel dann das Bonus-Level hier in London noch zu spielen. So, jetzt springen wir aber gerade nochmal hier lang. Um zu gucken, ob da noch irgendwo Sachen rumliegen. Ist ja jetzt überall möglich. Ich will auf jeden Fall geschaut haben. Okay, da will sie jetzt gerade nicht hin. Ich glaube, das muss ich alles sehen, Leute. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Aber wir können das auch ein bisschen abkürzen, wenn wir den Kameramodus nehmen. Und das machen wir jetzt auch. So. Dann fliegen wir doch mal hier hoch und gucken mal in die Löcher. Oh, ist das schön, Leute, mit den Säulen. Das macht so viel her. Also hier ist schon mal nix. Da drüben haben wir ja eigentlich schon gesehen, dass da nix ist. Ich will aber mich trotzdem nochmal kurz vergewissern. So. Und da drüben haben wir noch nicht. Und dann haben wir es schon. Also es ging ja dann doch echt schnell. Da ist auch nix. Und da auch nicht. Gut. Das heißt, jetzt können wir das letzte Secret holen. Da bin ich auch mal gespannt, wie es um unsere Fundstücke steht. Weil ich habe tatsächlich so das Gefühl, London ist ja gar nicht meins. Dass wir hier ganz viele Sachen übersehen werden oder auch haben. Schauen wir mal. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal hier in eine versteckte Leiter runter. Zum letzten Secret. Da haben wir nämlich jetzt wieder so Dächer mit Stacheldrähten. Und hier geht es ein bisschen noch runter. Und da drin ist ein Medipack. Und jetzt steigt die Spannung, Leute. Ja, uns fehlt tatsächlich ein Gegenstand. Aber das wundert mich nicht. Weil, wie gesagt, London... Das ist einfach nicht mein Level. Also mein Abschnitt. Gewesen zumindest früher. Es wird es langsam zu meinem, weil ich habe es schon oft genug erwähnt. Es ist sehr, sehr viel schöner geworden. So, sonst aber... Hier haben wir jetzt gerade nichts grob fahrlässig übersehen, hoffe ich. Okay. Das heißt, wir können gehen. Und diese Stelle hinter uns lassen. Jetzt kommt eine kleine Vorschau. Und dann sage ich Tschau. Aber jetzt müssen wir erst mal... Ich will noch einmal rumlaufen. Weil wir wissen jetzt, dass uns ein Gegenstand fehlt. Der ja noch irgendwo in der Ecke rumliegen kann. Falls wir das jetzt hier nicht hundertprozentig abgelaufen sind. Aber ich glaube, hier... Fehlt auch nichts mehr. Es sei denn, zwischen dem Stacheldreten da unten nochmal. Kann man wenigstens nochmal kurz schauen. Hier waren wir ja. Da haben wir die Desert Eagle Munition ja mitgenommen. Liegt da nicht mehr, ne? Ich würde sagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit übrig für die Folge. Wir können ja einfach mal hier so einen kleinen Rundflug machen. Einfach mal London so ein bisschen abchecken. Mal so ein bisschen gucken. Über die Dächer Londons. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. Ne? Hier mit dem schönen Mond. Skyline haben wir uns hier schon mal angeschaut. Hier haben wir ein schönes Dach auf jeden Fall. Eine Kuppel. Eines Gebäudes. Sieht so aus, als könnte man hier sogar rumlaufen. So, hier haben wir jetzt eine 2D-Wand. Ne, ist nicht mal. Sogar ausgebaut. Hier waren wir ganz am Levelanfang, wie ihr das erkennt. Ne? Wo wir das erste Secret geholt haben. Das ist natürlich das Schönste hier an London, dieser Blick. So, jetzt gucken wir aber hier nochmal rein. Ob da nicht was liegt. Achso, ich dachte, da liegt wirklich was. Aber das habe ich mir gerade eingebildet. Ich glaube, da war wieder der Wunsch der Vater des Gedanken. Aber das ist aber auch cool, hier so durch zu zoomen. Wollte hier nochmal schauen. Kann ja auch sein, dass hier noch was liegt. Im Stacheldraht verborgen. Ne. Der Gegenstand bereitet mir weiterhin Sorgen. Den haben wir nicht. Oh, ich reime schon wieder so schlimm in letzter Zeit. Das ist ja furchtbar. Das Secret haben wir auch. Ne, das war das vom ganzen Levelanfang. Ihr seht, es dreht sich alles um dieses Hauptgebäude hier, wo wir jetzt gleich das Level verlassen werden. Und ich finde es aber voll cool, hier nochmal so durch die Stadt zu zoomen. Hier hat mir doch auch ein Secret geholt. Das war die Rakete, die hier lag. Falls ihr euch erinnert. Und jetzt sind wir wieder hier. Und hier ist dann auch das Level Ende. Ende im Gelände, Leute. Auch mit der Folge dann. Das nächste Level machen wir dann, nämlich beim nächsten Mal. Das fangen wir jetzt heute nicht mehr an. So, hier kann man nochmal rüberfliegen und gucken. Hier wurde London dann nicht so krass weitergebaut, weil hier sieht man ja eigentlich eh nicht ohne Kameramodus. Aber ich finde es gerade ganz spannend, weil das auch so ein komplexes, großes Level ist. Jetzt einfach mal abzufliegen. Finde ich gerade echt ganz cool. Hier ist dann der Showdown. Da kann man ja auch mal gucken, wie weit es geht. Ne, dunkles, schwarzes Loch. Soll ja dann eigentlich in die Kathedrale führen, hier. Tut es aber nicht, weil wir überspringen ja ein Level, habe ich ja erklärt. Ah, und hier wird es jetzt unschön. Na gut, dann haben wir, glaube ich, alles gesehen. Und können jetzt das Level damit verlassen. So, ne, hier haben wir ja auch geguckt, da liegt nichts. Und dann gehen wir... Achtet mal auf die Hintergrundgeräusche. Die sind aus 2m2. Also nicht die Musik. Also die Geräusche an sich sind, tun wir da 2 Geräusche. Wer ist dein Auftraggeber? Was? Du weißt schon. Keine Ahnung, ehrlich, wen meinst du? Wer ist dein Auftraggeber? Nein! Miss Sophia Lee! Wer ist das? Was macht sie? Keine Ahnung. Ehrlich nicht. Ich, ich erschieße nur Leute für sie. Eine löbliche Arbeitsmoral, schätze ich. Oh ja, ich bin mit Herzblut dabei. Wie man dead früher. Und vor ihm sein dead. Wie alt ist diese Miss Lee? Weiß nicht. So Ende 20, Anfang 30? Natürlich. Tja, für manche Leute, so wie sie, kriegen wir noch einen Bonus dazu. Du schmeichelst mir. Von deinem Kopfgeld könnte ich sogar in Rente gehen. Dann solltest du vielleicht auf die... Ja, Leute, das war Kai an der Temsee. Ihr habt es gesehen. Da war jemand, der Leute für Sophia Lee erschießt. Der Frau müssen wir wirklich mal gehörig auf den Grund gehen. Das war das Level. Wir sehen alle Siegblitz gefunden. Es fehlt ein Gegenstand. Den schreibe ich wie üblich in die Videobeschreibung an der Stelle, beziehungsweise in der Folge, in der der Gegenstand fehlt oder gewesen wäre. Ja, haben ein kleines Midi-Pack gebraucht. Ansonsten seht ihr alles in der Statistik. Wo ich euch nochmal während der Sequenz drauf hingewiesen habe. Ganz spannend. Teilweise so diese Geräusche von Schüssen oder Sprüngen oder so. Die sind teilweise noch aus Tomb Raider 2. Weil es wohl so ist, dass bevor die das Spiel machen, erstmal die Cutscenes damals aufgenommen haben, Core Design. Und deswegen auch die alten Geräusche da noch drin hatten vom Vorgängerteil. Ist vielleicht eine ganz interessante Nebeninformation. So, wir sehen uns beim nächsten Mal im nächsten Level wieder. Ich sage Tschau und bis dann. Wir lassen jetzt diese schöne Statistikmusik gerade nochmal ausklingen. Ich genieße es gerade. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020